Ausrutscher irgendwie wieder auszupendeln. Also hat sie immer gedacht, es liege an ihrer Figur. Immer wenn ich mich einsam gefühlt habe oder mal wieder ein Date bei Tinder und Co. nicht geklappt hat, bin ich nach Hause, habe mir Süßigkeiten gekauft, bin zu meinem Lieblingsdöner gegangen und habe mir meinen Lieblingsdöner geholt. Und am nächsten Tag habe ich es dann wieder bitterböse bereut, weil der Döner und die Süßigkeiten in Übermaß dafür gesorgt haben, dass ich wieder meine Figur, die ich so gerne haben wollte, nicht erreicht habe. Und das hat dann wieder ausgelöst, dass ich dann wieder noch strenger mit mir war, dann die nächste Zeit wieder hart ins Gym gegangen bin, viel Ausdauer gemacht habe, viel Krafttraining gemacht habe, um irgendwie diese Ausrutscher irgendwie wieder auszupendeln. Vielleicht hast du dich jetzt gerade eben wiedererkannt in Chris. Ich nenne sie jetzt einfach mal Chris. Chris ist eine Klientin von mir, welchen Namen ich jetzt getauscht habe, damit das Ganze anonym und seriös bleibt. Und ich erinnere mich noch ganz genau, damals kam Chris zu mir, also hat mir eine Anfrage per E-Mail geschickt und hat gesagt, hey Siggi, ich würde sehr gerne mal über meine Kniebeugen drüber schauen lassen. Sprich, die Technik irgendwie verbessern. Weil ich bin, ich trainiere so drei bis fünfmal die Woche, gehe regelmäßig ins Fitnessstudio und irgendwie habe ich so das Gefühl, ich sollte mal über die Kniebeuge drüber gucken lassen, damit die besser klappt. Und du machst ja viele Technikanalysen auch. Und genau, mit diesem Thema kam sie zu mir. Und wir haben dann sehr, sehr schnell herausgefunden, dass der Ursprung oder ihr Wunsch im Grunde schon immer war abzunehmen. Sie wollte ihre Figur in Form bekommen oder zumindest mal eine annehmliche Form, eine Wohlfühlfigur bekommen, eine Wunschfigur bekommen, wo sie sich einfach selber wohlfühlt. Und als wir dann so ein bisschen die Zusammenarbeit gestartet haben, habe ich dann in den Gesprächen, wo wir dann halt die Praxiseinheiten gemacht haben, gemerkt, so okay, da ist noch was im Hintergrund. Und da ist noch etwas, was sie nicht wirklich vielleicht weiß oder noch nicht verrät, was die Ursache ist, warum sie überhaupt ihre Übung verbessern möchte, damit sie natürlich dann besser aussieht. Und warum möchte sie besser aussehen? Also habe ich da einfach mal nachgefragt, so ja, sag mal, warum machst du das denn überhaupt? Also warum gehst du so oft ins Gym? Und sagt sie, ja, bei ihr ist es halt so, dass sie sich immer wieder die eigene Figur ruiniert, weil sie halt immer wieder anfängt, unkontrolliert oder halt auch unbewusst zu snacken oder sich mit Essen zu belohnen oder sie bis heute noch keinen Weg gefunden hat, wie sie aus diesem Teufelskreislauf aus Diät halten, streng ins Gym gehen, viele Trainingseinheiten machen, dann doch wieder sehr, sehr sauber essen, bis es dann irgendwann mal die Verbote, das Verbot, was sie sich selbst aufgesetzt hat, im Grunde explodiert und dann das Ganze wieder endet in einem Essenfall oder in also viel zu viele Kalorien essen oder viele Sachen essen, die sie halt weiß, dass sie nicht gesund sind, gerne vermeiden würde, sie allerdings nicht in den Griff bekommt. Und so lief es mehr oder weniger schon ihr ganzes Leben lang. Und letztendlich haben wir herausgefunden, in der Zusammenarbeit, du müsstest dir vorstellen, wir arbeiten in meinem Coaching sechs Monate zusammen und sie erzählte mir dann, dass sie, also wir haben halt herausgefunden, in welchen Momenten passiert denn das? In welchen Momenten greift sie denn zum Essen? Und es waren Momente, in denen sie gestresst waren, aus verschiedenlichen Gründen, familiäre Gründe und dann vor allem halt auch, ja, das Thema Boyfriend. Chris wollte einfach sehr gerne endlich mal jemanden haben an ihrer Seite, der sie liebt, dem sie Zeit verbringen kann, mit dem sie glücklich wird. Jeder Mensch sehnt sich nach seinem, im Grunde seinem Soulmate, guten Beziehung und das war ihr so, so wichtig. Und sie ist dann mehr oder weniger von einem unglücklichen Date ins nächste getappt und wurde dann immer wieder, ja, mehr oder weniger enttäuscht, weil, ja, die Jungs halt entweder nur das eine wollten oder halt überhaupt nicht auf ihrer Wellenlänge waren. Sie hat sich immer gefragt, warum ziehe ich solche Leute an, die nicht auf einer Wellenlinie sind? Also sie hat sie immer gedacht, es liege an ihr, es liege an ihrer Figur. Das heißt, sie müsste erstmal ihre Figuren in den Begriff kommen oder abnehmen, damit es dann mit den Jungs klappt. Ich habe dann relativ schnell gesagt, so, pass auf, da fehlt noch ein wichtiger Teil in der Gleichung und der ist der, dass du erstmal herausfinden musst, was deine sozusagen Punkte sind, die dich immer wieder im Alltag sabotieren. Also Stress, Familienkonflikte und das Thema auch Einsamkeit. Sich alleine zu fühlen, einsam zu fühlen, vielleicht auch zu fühlen, als würde man niemanden bekommen, ja. Und dieses Einsamfühlen hat dann immer dafür gesorgt, dass sie sich halt mit Essen diese Einsamkeit genommen hat. Und letztendlich haben wir nun angefangen mit dem Coaching. Ein großer Teil vom Coaching ist auch der Bereich Mindset bei mir. Wer da genauer von der Methode erfahren möchte, wie das Ganze abläuft, kann sich dieses Buch hier unterhalb vom Video gratis sichern. Also normalerweise kostet es 24,90. Ich habe es allerdings aktuell gratis, haue ich das gratis raus. Link klicken, kannst du dir bestellen. Und dann lernst du die Autopilot-Methode kennen. Und diese Autopilot-Methode haben wir dann auch wieder angewandt. Wir haben vermehrt erstmal am Mindset gearbeitet. Das heißt, was sind die Konflikte? Wann tritt dieser Stress auf? Wie können wir diese ganze Situation lösen? Das Ende vom Lied war, sie hat dann diese Stress in den Griff bekommen. Das heißt, die Essattacken wurden weniger. Doch trotzdem kam immer wieder der Punkt, wo sie sich einsam gefühlt hat und wo sie sozusagen mit Essen wieder kompensiert hat. Dann sind wir in dieses Thema nochmal reingegangen und wir haben herausgefunden letztendlich, dass der Grund, warum es so ist, ganz woanders lag, haben diesen gelöst. Und es hat im Endeffekt dafür gesorgt, trotz dieser Rückschläge, die sie innerhalb vom Coaching halt auch erlebt hat, nach und nach immer mehr Selbstbewusstsein bekommen hat. Immer mehr herausgefunden hat, wer sie selber auch ist. Und wer sich besser kennt, wer weiß, wer ist es sich über sich selbst bewusst. Bedeutet, wer sich über sich selbst bewusst ist, wird auch automatisch selbstbewusst. Sie fand heraus, was sie mag, was sie nicht mag, wo die Trigger sind, wie sie sie auflösen kann. Und letztendlich hat sie dafür gesorgt, dass sie eine ganz andere Ausstrahlung mit ihrer Familie, auf der Arbeit hatte und auch mit ihrem sozialen Umfeld. Und siehe da, am Ende der Zusammenarbeit kam sie so grinsend zu mir. Und ich sagte, was ist los? Dann sagt sie so, ja. Ich so, komm, rück raus. Sag sie so, ja, ich lerne gerade jemanden kennen. Und ich so, cool, bin gespannt. So, spuren wir das Ganze jetzt mal ein paar Wochen, Monate weiter. Die Beziehung wurde sehr, sehr ernst. Sie hat sich krass verliebt. Beide haben sich krass verliebt. Ich habe so viele glückliche Beziehungsfotos in Social Media, wie wir den beiden fast noch nie in Social Media gesehen. Und es war ja nicht auf Social Media, es war auch im richtigen, im barem Leben so. Und ja, jetzt ist der Antrag schon im Haus. Und ich glaube, dass sie mittlerweile sogar geheiratet haben. Du wirst ja mal wieder anrufen und mal checken, wie es ist. Fakt ist, wenn du die Ursache deiner Thematik, warum du nicht abnimmst, löst, dann klappt es auch automatisch mit den Jungs und den Mädels und dann klappt es auch automatisch mit allem anderen. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gerne mal einen Daumen hoch, wenn du dich wiedererkennst und sagst, hey, ich würde es auch gerne mal anders angehen. Nicht irgendwie Kalorien zählen, Punkte sammeln, Lebensmittel tracken, sondern einfach mal einen anderen Ansatz, der wirklich die Ursache angeht und die Ursache löst und dann nachhaltig dann abnehmen möchtest, dann schreib mir gerne hier unterhalb vom Video ist ein Link. Da kannst du draufklicken, kannst dich für ein Gespräch anmelden. Ist unverbindlich kostenlos. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns kennenlernen. Und ansonsten, ja, bin ich über diesen Erfolg natürlich mega, mega happy, mega, mega dankbar. Ich freue mich total, wenn meine Coaches so eine Entwicklung machen und freue mich, wenn ich euch weitere Geschichten erzählen kann von Leuten, die ihren Weg gemacht haben. Bis dann.